wo hast du sie mitgenommen dann hole ich mir jetzt eine neue werden wollen wir doch mal die brosche anlegen so jetzt werden wir mal die gosch anlocken war ja ich stehe da wo wir hin sollen ich bin hier fertig bringt mich zum transit zu zutiefeln zurück die roten versammeln kommunistenschwein die roten die raf wollen sie jetzt hier wieder neu jetzt hier wo muss schon mal die gosch anlocken nicht anlocken wenn ich nicht da bin denn ich bin der goethe oh gott das mal die gosch kommt mit feuer brennt mit feuer brennt der fall ist feuer brennt mal fliehen der profi will allein in eine schlacht ziehen wieso gibt es ja ich zwei kiri atrasa kiri trager ist also es ist unlogisch drache und menschen trotzdem könnte sie nicht zweimal geben die es na warte ja der muss ja erstmal die leiche auftauen verbrennen in den mikro stopfen machen ausscheißen und wieder anzünden da wackelt da wackelt die erde einfach mal die bildschirmpositionen hin und her geschoben oh erdbeben special effect ja du bist jetzt mitgenommen du musst dir die scheiße angucken und ich gehe im transit zu den schild abgeben wie jetzt du musst dir die scheiße angucken du bist auf dem drachen chock auf kiri strazer ja fliegt ihr nachern macht die grabe komm chuni sehen wir uns die früchte unserer arbeit an nom 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 hier eine paprika das ist keine frau tue mir ein früchtchen ein schuppiger flammen umhang mein schuppiger flammen umhang soll euch tristen eine feurige ratte äh rute da wird gerade maligorsch geballert so hier wären wir dann fertig und das ist doch ein guter abschluss oder wenn du jetzt abgegeben hast für mich schon tschöö ich wachle hier im schnee der drache hat ganz kalte poten das knarzt bei dir ihr knarzt ich verkaufe auf dem mammut habe ich wenigstens was zu tun was sucht ihr denn was fliegt denn wir jetzt hier so rum verdammt fliegt ihr da rum so dreimal um maligorsch getourt und das war es ist einfach um block geflogen um maligorsch block hat mir zeigen wo der frosch die locken hat und landest denn jetzt hier so und kann ich jetzt auch selber wieder auf mounten ja schön dass ich helfen konnte akku schwach ne echt schon wieder ich bin grad durch maligorsch geflogen krass der ist ein bisschen größer als ich so wo ist meine stärke platte heil drum wegen items ganz wie früher da hat es nie immer was falsch zugeteilten dem anderen ey dann geh ich eben du lecker scheiße mach einen scheiß alleine hier nein wir brauchen dich gib mir das ding sofort her gib mir das gib mir mal deinen mammut willst du das totale mammut ne nur so eine machmut was willst du mit machmut huch das einzige item mit int und wille auf platte verkauft in etwa auch eine wille rolle alexander rieche ist jetzt offline tschüss wer geht zum grieche der rieche bist du fertig mit meinem zwerg so jetzt alles klar dann sehen wir uns in der nächsten folge morgen oder halt irgendwann morgen tschüss wer wenn nicht denkt dran ich komm zu jedem einzelnen nach hause der nicht auf die ome gibts dann also nicht auf die oma sondern auf nes egal jetzt voll auf die oma bis morgen tschüss tschüss so ja da sind wir wieder viertel nach acht nächster tag blockbuster zeit mit mir mein kollege so können wir weitermachen dä das ist ja ne herzergreifende dankesrede hier ja so voller elan ist man hier auch dabei so flog mal und weiter zwei stunden schnell hinter uns bringen die lappen was zu gucken siehst jetzt nur noch ein drei viertel damit die lappen was zu gucken haben übersetzt du das auch finnig ja die voller häcken j officie häiken da sie verlierer finde wo wohl sie jetzt hin ich gehe jetzt oben das questgebiet abklappern klapper plpper du bist doch kein und toter Ah, ne Indie wolltest du noch machen, hast du gerade eben vor der Pause ges- äh, vor der, äh, Aufnahme gesagt. Ja, stimmt. Machen wir auch, aber nicht heute. Dann halt morgen in der Folge. Ja, bestimmt. Machen wir das. Morgen nicht. Da müsst ihr erstmal noch so, ich denke, 70, 80 Folgen warten. Dann gibt's vielleicht nochmal einen. Fünf Folgen, sagt er. Hat keine Ahnung. Dalkyfers Karawahl zieht weiter, der Sultan. Der Sultan hat keinen Durst. Der Sultan hat keinen Durst. Oh, Flugpunkt. Oh, Questgebiet. Oh, alles hier. Dann nehmen wir hier mal den Crab an. So, sorry für die kleine Verzögerung, aber König Nuttelmuttelmuss du kommen. Man sieht sie. Ach ja. Ich muss das LP ja in die Länge ziehen, damit wir die 200. Folge noch schaffen, bevor wir 80.000 werden. vorher 80.000 werden kommt es neu ja wo dann jeder sagt und dann die Abozahlen wie die Höhe explodieren weil sich's doch jeder anguckt wie gucken wir das nicht an ne du spielst es nur ne du guckst nicht ich brauch's nicht um PvP zu machen PvP macht da versagt schon beim ersten Schurken der auf hinzukommt ich zeig dir jetzt mal wie du PvP machen kannst pass auf komm her ich stutz dir die Flügel du wahlrot Flügelstutzing time das ist Vision vom Elferrat Flügel oh keine Duellbeginn während ihr getarnt seid Rodler hat doch nicht unterworfen du hast dich unterworfen das geht jetzt nicht Flügelstutzing time ja aber es geht jetzt nicht warum denn nicht weil meine Leisten nicht auf PvP ausgelegt ist ja und? meinte auch nicht huch wie kannst du mich in der Luft mit meinem Teleport mit meinem Teleport so fertig in der Luft in der Luft hab mich hinter dich teleportiert und da da ja keine Erde war bin ich dann runtergefallen so hast du jetzt deinen Willen können wir jetzt questen ja Flügelstutzing time was macht man denn hier für Quests? die du gerade angenommen hast nö hast du eine die ich nicht hab? weiß ich doch nicht dann guck nach äh ich gucke ne ich hab genau die gleichen Video die du auch hast näher da müssen wir näher ran da müssen wir an näher ran guck das da zack Teleport und bist du da bist es da tot 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 wartet nicht länger wie wartet nicht länger oder wartet nicht länger hat auch keine Ahnung hier guck was machen wir hier? ich lege ein solange Brodler zustimmt meinen Teich nicht länger verdammt verdammt ich weiß nicht mehr was ich sage wie immer also elli elli eule zack kaputt tot mord Totschlag frag mich wo hier mein mein Dingshammer ist St St sie wird schätten Mord Backe TG das war mein König Morgel Morgel das machte keine zweiunddreißig Mal mit mir Königsgefühlte Muschel Muschel hat Muschel gesagt Mipi ja Muschel hat er gesagt weil da für das andere Wort kriege ich ein Ban ein YouTube Ban wenn er das andere sagt was müssen wir jetzt? Muschel unten? auf verpiepte Muschel keine Ahnung wo die Muschel sind am Grunde des Wassergraben das können wir ja so im Grunde gar nicht zulassen 20 Minuten unter Wasseratmung wo sind die Überreste des Verbrühers? die liegen hier rum ab geht's ich kann schweben so jetzt werde ich mein Proto hier rausholen und dann werde ich gleich aufsteigen aus dem Wasser wie die Enterprise im zweiten Film also im zweiten neuesten Film also im letzten Film Blech! Achtung Tadadaaa und schon kommt die epische Musik Tadadadadaaa Tadadadaaa schläf ... ... ... wir müssen jetzt darunter Muscheln sammeln Tadadadaaa hofff schlefff ... ... so Clowns musik wie die also das war einer Spielorgel wo dann ... mechanisches F hier zu tanzt also quasi du die winterflossen muscheln muscheln die winterflossen flosseln floskeln und ihre muscheln naja wo sollen die muscheln denn sein am grunde des wasserbeckens wenn die sollen soll doch hier im lager sein wird aber auf dem web so angezeigt er ließ sind keine haie wale hatte die wale die haben gerade bestimmt was besseres zu tun als uns zuzugucken drei von fünf winterflossen muscheln